Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Das Buch, das Café am Rande der Welt gibt dir darauf keine Antwort. Aber gleichzeitig frage ich mich, warum zum Teufel wir in der Schule Bücher wie Faust und Co. lesen, die gefühlt tausend Jahre alt sind und nicht sowas? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Satz von dem Intro könnte vielleicht erst mal ein bisschen widersprüchlich klingen. So wie, dieses Buch gibt mir gar keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und trotzdem sollten wir es in der Schule lieber lesen als Faust und Co. Ich finde, es kommt darauf an, mit welcher Einstellung man an dieses Buch hier rangeht. Man sollte mal vielleicht diesen kleinen Untertitel lesen. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Eine Erzählung und nicht die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Denn wenn man mit der Erwartung an dieses Buch rangeht, dann wirst du natürlich enttäuscht. Denn natürlich sagt dir dieses Buch nicht, so, das ist der Sinn deines Lebens. Und natürlich sagt dir das Buch auch nicht, genau das musst du tun, damit du den Sinn deines Lebens findest. Dieses Buch ist vielmehr einfach eine schöne Erzählung, die dich zum Denken anstoßen soll. Aber um erst mal alle abzuholen, die von diesem Buch so gar keine Ahnung haben, worum es da geht. Es ist ein sehr, sehr dünnes Buch. Es hat gerade mal 120 Seiten. Hat auch eine gar nicht mal so kleine Schrift. Viele Bilder hast du also wirklich sehr, sehr schnell durchgelesen. Kann man sehr, sehr gut mal zwischendurch lesen. Und es geht darin um einen gestressten Manager namens John, der auf einer sehr langen und nervigen Autofahrt ist, total genervt ist vom vielen Verkehr und dann plötzlich sich auf einer verlassenen Landstraße wiederfindet, sich ein bisschen vorkommt, als wäre er am Arsch der Welt und plötzlich isst er dieses Café. Er denkt sich, mache ich doch da mal eine Pause, bestellt sich dann in dem Café was und findet plötzlich auf der Rückseite der Speisekarte drei Fragen. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Und diese drei Fragen kommen ihm natürlich erstmal ein bisschen merkwürdig vor. Man rechnet ja schließlich nicht auf der Rückseite einer Speisekarte mit solchen Fragen. Aber er kommt dann eben im Laufe der Geschichte immer mehr ins Gespräch mit der Bedienung, dem Koch und noch anderen Personen, die sich in diesem Café befinden. Und an dieser Stelle muss ich gleich mal sagen, ich finde, das ist ein super angenehmer Schreibstil. Man liest es total gerne. Es ist eine super schöne Erzählung. Für manche könnte es vielleicht ein bisschen zu kitschig sein. Für mich fand ich es genau richtig, zumindest so für dieses Thema. Die Leute sind sehr höflich miteinander umgegangen und haben genau die richtigen Worte immer getroffen. Was ich auch zum Beispiel gut fand war, dass ins Gespräch eingebaut immer wieder mal kurze Zusammenfassungen gegeben wurden von dem, was gerade gesprochen wurde. So zwei für ein Gespräch, dann kommt ein dritter hinzu und einer fasst für den nochmal kurz zusammen. Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass so und so. Und ich fand das für mich als Leser total angenehm zu lesen. So, danke, dass du mir das nochmal für mich zusammengefasst hast kurz. Das fand ich super gemacht. Insgesamt ein sehr angenehmer Schreibstil, ganz abgesehen von der Thematik des Buches und ob dieses Buch jetzt möglicherweise was bringt oder nicht. Zum Thema des Buches kann ich ganz klar sagen, es ist einfach wichtig, dass du mit der richtigen Einstellung an das Buch rangehst. Du darfst nicht an das Buch rangehen und denken, dieses Buch gibt mir jetzt endlich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Dieses Buch sagt mir, was ich aus meinem Leben machen muss. Denn natürlich gibt dir dieses Buch diese Antwort nicht. Ist ja ganz klar. Und es sagt ja auch nicht ganz konkret, was du dafür tun musst. Ist ja auch ganz klar. Denn das ist ja bei jedem immer wieder individuell. Aber dieses Buch gibt Denkanstöße. Wenn du also gerade so ein bisschen vielleicht denkst, ja, ich weiß nicht so richtig, was soll ich aus meinem Leben machen? Vielleicht bin ich gerade in einer Sackgasse gefangen. Vielleicht bin ich irgendwo und weiß nicht, wo lang es gehen soll. Dann ist dieses Buch definitiv das Richtige für dich. Aber du darfst nicht erwarten, dass du danach alle deine Antworten hast. Dieses Buch ist der Anfang auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ich finde, es lädt förmlich dazu ein, dass du darüber redest mit anderen Leuten. Du kannst diese Diskussion nicht mit dir selbst führen. Du musst mit anderen Leuten darüber reden. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig bei diesem Buch. Und deswegen stelle ich mir eben vor allem diese Frage, warum zum Teufel habe ich das nicht in der Schule gelesen? Denn was bringt einem dieses Buch, wenn man es liest, wenn man schon mitten im Leben steht? Es macht auch viel mehr Sinn, dieses Buch dann zu lesen, wenn du mit 15, 16 vielleicht eh schon dich anfängst zu fragen, welches Leben du führen möchtest. Abseits vom Leben deiner Eltern vielleicht. Wenn du dich anfängst zu fragen, wo soll es für mich vielleicht beruflich mal hingehen? Und dann kannst du gleichzeitig auch noch mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und deinem Lehrer oder deiner Lehrerin darüber reden. Und das ist für mich so viel sinnvoller, da dieses Buch zu lesen, als irgendwelche Faustbücher oder sonst was, wo du dir denkst, das wurde gefühlt vor drei Milliarden Jahren geschrieben. Was sollen denn da Schüler mit anfangen? Dieses Buch ist so viel lebenspraktischer. Bitte, wenn hier draußen irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer ist, lese doch mal dieses Buch mit deinen Schülern. Vorausgesetzt, es sind jetzt nicht Grundschüler, dann ist es vielleicht noch nichts was. Ich würde mal sagen, vielleicht so ab der 9. Klasse kann man dieses Buch definitiv lesen, weil dann sind meiner Einschätzung nach die Schüler und Schülerinnen genau in der richtigen Phase. Zumindest würde ich behaupten, dass es mich da interessiert hätte. Abschließend kann ich also sagen, dieses Buch gibt dir keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber dieses Buch hilft dir grundlegend über das Leben und seine Bedeutung nachzudenken. Und das ist der allererste Schritt, um den Sinn des Lebens zu finden. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit dem Intro. Jetzt würde mich natürlich ganz besonders eure Meinung interessieren. Habt ihr dieses Buch vielleicht schon gelesen? Gibt es vielleicht Leute von euch, die das in der Schule gelesen haben? Kann ja sein, dass das vielleicht schon vereinzelte Lehrer machen. Keine Ahnung, würde mich interessieren. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier noch eine Playlist und ein Video verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.